Hallo Leute und willkommen hier bei meAppleCat. Ich bin wieder zurück aus dem Urlaub. Leider, der geht einfach viel zu schnell rum. Ich habe ein paar Betas deswegen hier verpasst, ich glaube zwei waren es, aber mit der 13.1 Beta 4 melde ich mich zurück und wir schauen mal drüber, was sich hier so getan hat. Und by the way, ihr könnt iOS 13 ab sofort runterladen auf meinem iPhone, mit dem ich hier gerade filme. Das lädt iOS 13 gerade runter, also ab sofort verfügbar für alle. Und ich schaue dann mal, ob das gut läuft auf meinem aktuellen Gerät. Und die aktuellen Gerätschaften habe ich mir ein bisschen was bestellt, unter anderem was für ans Handgelenk und auch hier so was Neues. Das ist auch unterwegs, also da wird auch noch was hier kommen auf dem Kanal. Aber jetzt geht es erstmal los hier mit iOS 13.1 Beta 4. Eventuell habe ich auch ein paar Features jetzt hier dabei, die in der Beta 3 und Beta 2 dabei waren. Wir gucken einfach mal. Also wir schauen mal drüber, was war denn hier jetzt die Update-Größe? Die war gar nicht mal so groß gewesen. Von der Beta 4 liegt bei 102,3 Megabyte. Also wir sind hier schon so ein bisschen in der Endphase, denn 13.1 soll am, ich glaube 30.9. hat Apple gesagt, offiziell ausgerollt werden. Direkt mit ein paar Patches für die neuen Geräte und für die neue Software. Also 30. ist hier schon das Release-Datum quasi angekündigt. Von daher bekommen wir vielleicht noch eine Beta mit dazu und dann war es das schon und dann kommt es offiziell und dann geht es dann direkt weiter mit der 13.2 oder was auch immer. So, ich hatte frei 89,71 Gigabyte vor dem Update und hinterher 89,71 Gigabyte nach dem Update. Das ist ja mal was, habe ich auch noch nie gehabt. Genau die gleiche Größe. Aber okay, also keine große Verbesserung beim Speicher. Aber was gibt es denn jetzt hier sonst Neues zu berichten? Was mir direkt hier mal aufgefallen ist, schaut euch mal das Apple TV Logo an. Das haben sie überarbeitet und zwar war hier vorher immer dieser Apfel und das TV, also dieser Schriftzug, blau und das ist jetzt weiß geworden. Also neuer Schriftzug oder neues Icon hier für die Apple TV App. Und das Ganze gilt nicht nur hier für das Icon, sondern auch in den Einstellungen. Wenn wir uns da das mal anschauen, auch da haben wir das neue Logo hier beim Apple TV. Übrigens, habt ihr gesehen, wie viel das kostet? Gerade mal 5 Euro und ein Monat kostenlos. Und wer sich hier ein neues iPhone, iPad holt, ein Jahr lang kostenlos Apple TV. Ich werde, glaube ich, mal reinschauen. Aber das nur am Rande. Und dann gibt es noch was Neues hier bei den Kurzbefehlen. Wenn wir dort mal reingehen, haben wir unten den Punkt Automation. Und da kann man persönliche Automationen dann festlegen. Irgendwelche Reihenfolgen von Befehlen, die ausgeführt werden sollen zu bestimmten Tageszeiten. Wenn man irgendwo ankommt, wenn man hier mit dem CarPlay sich verbindet und so weiter und so fort. Also da kann man eine ganze Menge dann einstellen und dann so eine ganze Befehlsreihenfolge abspielen lassen. Finde ich eine ganz coole Sache. Da habe ich aber aktuell noch nicht mit rumgespielt. Das Ganze gilt dann auch hier für die Apple HomeKit Steuerung. Da geht das Ganze dann eben auch. Und in der Karten App gibt es auch was Neues. Man kann seine voraussichtliche Ankunftszeit jetzt auch teilen. Das heißt, wenn ihr irgendwo unterwegs zu Fuß seid und ihr wollt das mit jemandem teilen, damit er quasi weiß, ob ihr zu Hause angekommen seid oder nicht, kann man das jetzt hier einstellen. Und dann bekommt derjenige dann erstmal gesagt, wann ihr ankommt und wann ihr dann auch wirklich angekommen seid. Ist eine gute Sache, wenn man irgendwo unterwegs ist und man fühlt sich nicht so wohl. Eine komische Gegend, eine Frau ist allein abends unterwegs und das soll ein bisschen kontrolliert werden. Das kann man jetzt hier auch mit Kontakten dann teilen, die voraussichtliche Ankunftszeit in den Apple Karten. Tja, und viel mehr ist mir hier gar nicht mehr aufgefallen, dass es da was Neues gibt. Ansonsten, wie gehabt, läuft alles gut, läuft flott, fühlt sich alles ziemlich fertig an. Auch hier mit dem 3D Touch. Das funktioniert zum Glück jetzt hier immer noch sehr anständig und gut, dass hier die ganzen Menüs aufpoppen. Es fühlt sich auch fast so an, ich sag mal, wie das eigentlich sonst immer war, bei dem richtigen 3D Touch, wo das noch wirklich registriert wurde. Also soweit alles gut. Natürlich habe ich nochmal den Geekbench hier drüber laufen lassen über die ganze Geschichte. Einmal hier vom 17. September, da ist die Beta 3 noch drauf. Und dann haben wir hier vom 18. die aktuelle Beta 4 und wir sehen, viel passiert da nicht mehr. Wir haben im Single Core einen ganz ordentlichen Wert von 3582 und Multicore von 6081. Auch das ist ein ganz ordentlicher Wert, aber jetzt nichts Bahnbrechendes hier auf dem iPhone 7. Tja Leute, und das war es dann auch schon gewesen. Also wie gesagt, die Beta 4, die ist übrigens hier zeitgleich für die Developer Beta verfügbar, als auch für die Public Beta. Also wenn ihr Public Beta seid, könnt ihr die auch direkt jetzt schon runterladen. Und für alle anderen iOS 13 ganz regulär für alle ab sofort verfügbar. Meine wird gerade hier geladen und installiert. Also Leute, das wäre es gewesen. Ich melde mich damit zurück aus dem Urlaub und in der nächsten Zeit kommt dann noch ein bisschen mehr zu dem neuen iPhone und auch hier zur neuen Apple Watch. Also bleibt dran und wir sehen uns hier bei mir AppleCat. Macht's gut!